Das Leben und das traurige Ende von Klaus-Jürgen Wussow Klaus-Jürgen Wussow war einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, dessen Karriere über mehrere Jahrzehnte reichte. Er spielte in vielen Filmen, TV-Serien und Theaterproduktionen und war bekannt für seine eindrucksvollen Darstellungen von Charaktern mit großer Tiefe und Vierschichtigkeit. Doch sein Leben war nicht nur von Erfolgen geprägt. Er musste auch mit persönlichen Tragödien und gesundheitlichen Herausforderungen kämpfen. In dieser Geschichte werden wir das tragische Leben von Klaus-Jürgen Wussow beleuchten und die Höhen und Tiefen seiner Karriere und seines persönlichen Lebens betrachten. Klaus-Jürgen Wussow wurde am 30. April 1929 in Kammin, Pommern geboren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Vertreibung seiner Familie aus Pommern studierte er Schauspieler an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Seine erste Rolle hatte er am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, wo er 1950 als Kellner in Das Gespenst von Canterville auftrat. Er arbeitete auch als Synchronsprecher und war in den 50er Jahren in einigen Filmen zu sehen. Seine Karriere als Schauspieler nahm Fahrt auf, als er in einer Fernsehproduktion des ZDF mit dem Titel Der Forellenhof vom Jahre 1965 die Hauptrolle übernahm. Wussow wurde in der Folgezeit ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft und spielte in vielen weiteren TV-Produktionen wie Tim Fraser, Tartort und Derrick. Dabei zeigte er ein breites Spektrum an Rollen von dramatischen Charakteren bis hin zu komischen Figuren. Klaus-Jürgen Wussow hatte jedoch nicht nur Erfolg in der Schauspielerei, er engagierte sich auch in der Film- und Theaterregie und veröffentlichte sogar einige Bücher. Trotz seiner Vielseitigkeit als Künstler war sein größter Erfolg jedoch nicht in weiter Ferne. Im Jahr 1985 erreichte Klaus-Jürgen Wussow den Höhepunkt seiner Karriere mit der Rolle des Dr. Josephine Joe Schmidt in der erfolgreichen TV-Serie Die Schwarzwaldklinik. Die Serie handelte von einem Krankenhaus im Schwarzwald und erzählte Geschichten über das Personal und die Patienten. Wussow spielte den Leiter der Chirurgie und wurde schnell zu einem Liebling der Zuschauer. Die Serie wurde ein enormer Erfolg und lief acht Staffeln lang. Klaus-Jürgen Wussow war nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur an der Produktion beteiligt und machte die Serie zu einem wichtigen Meilenstein in seiner Karriere. Die Serie war auch international ein Erfolg und wurde in über 40 Ländern ausgestrahlt. Mit der Schwarzwaldklinik erreichte Klaus-Jürgen Wussow nicht nur den Höhepunkt seiner Karriere, sondern wurde auch zu einem der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Die Serie brachte ihm zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den Bambi und den Goldenen Löwen. Obwohl Klaus-Jürgen Wussow auf der Bühne und auf dem Bildschirm große Erfolge feierte, hatte er auch in seinem persönlichen Leben mit Tragödien zu kämpfen. Im Jahr 1980 verlor er seine erste Ehefrau an den Folgen einer Krebserkrankung. Dies war ein schwerer Schicksalsschlag für ihn und seine Familie und er kämpfte lang mit der Trauer um seine Frau. In den 90er Jahren wurde bei Klaus-Jürgen Wussow eine Parkinson-Krankheit diagnostiziert, die seine Gesundheit und seine Arbeit als Schauspieler beeinträchtigte. Er kämpfte tapfer gegen die Krankheit an und trat trotz seiner gesundheitlichen Probleme in weiteren Produktionen auf. Im Jahre 2007 starb Klaus-Jürgen Wussows zweite Ehefrau an einer Lungenentzündung. Dies war ein weiterer schwerer Schicksalsschlag für ihn und er zog sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Obwohl Klaus-Jürgen Wussow in seinen späteren Jahren gesundheitliche Herausforderungen hatte, war er weiterhin als Schauspieler aktiv und trat in mehreren Produktionen auf. Im Jahr 2002 spielte er in dem Film Fassbinder in Hollywood eine seiner letzten Rollen und zeigte dabei noch einmal sein großes schauspielerisches Talent. Sein Leben und seine Karriere wurden auch in mehreren Dokumentationen gewürdigt, die seine großen Leistungen als Schauspieler und seine persönlichen Tragödien beleuchteten. Klaus-Jürgen Wussow kämpfte bis zum Ende seines Lebens gegen seine Krankheit und verstarb schließlich am 3. Juni 2007 in seinem Haus in Rottach-Egern am Tegernsee. Sein Tod wurde von vielen Fans und Kollegen betrauert und hinterließ eine große Lücke in der deutschen Schauspiellandschaft. Sein Tod wurde von vielen Fans und Kollegen betrauert, die sich an seine großen Leistungen als Schauspieler und an sein persönliches Engagement erinnerten. Zahlreiche Medien würdigten sein Leben und seine Karriere und nannten ihn einen der bedeutendsten Schauspieler Deutschlands. Die Beisetzung von Klaus-Jürgen Wussow fand im engsten Familienkreis statt. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof in Rottach-Egern, wo er auch viele Jahre seines Lebens verbracht hatte. Als einer der bedeutendsten Schauspieler Deutschlands wird Klaus-Jürgen Wussow immer in Erinnerung bleiben. Wenn Sie weitere Geschichten über das Leben großer Persönlichkeiten hören möchten, abonnieren Sie jetzt bitte unseren Kanal. Wir werden Ihnen weiterhin faszinierende Geschichten erzählen, die Sie inspirieren und faszinieren werden.